Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und wir können der Vergangenheit nicht entkommen. Ethan, irgendwann kommt Ihre Mission. Sie teuer zu stehen. Sehr teuer. Die Welt verändert sich. Wahrheiten verschwinden. Kriege sehen herauf. Es ist lange her, mein Freund. Sie ahnen nicht, welche Macht ich repräsentiere. Sie kennt Ihre Geschichte und weiß, wie sie endet. Hören Sie mir zu. Die Welt wird Jagd auf Sie machen. Sein Schicksal steht fest. Sollen wir auch Ihres festlegen? Wenn Sie Ihnen auch nur ein Haar kommen, sind Sie nirgendwo auf der Welt vor mir sicher. Das steht fest. Ethan, welches Ziel verfolgst du? Was ist dein oberstes Ziel? Euer Leben wird immer wichtiger für mich sein, als mein eigenes. Keines unserer Leben könnte wichtiger sein als diese Mission. Das akzeptiere ich nicht. Bitte diese Menschen, die uns in der Welt kommt. Ich bin nicht. 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 Es ist ein zweites. Es ist verweilend. Die Welt ist richtig.